Hat Bryce Hall Edison Ray betrogen? Zwischen dem TikTok-Traumpark kriselt es angeblich, seit Gerüchte ans Licht gekommen sind, dass Bryce Edison in Las Vegas betrogen hätte. Auf Twitter veröffentlichte Edison Ray daraufhin ein paar kryptische Posts, die Sachen gesagt haben wie enttäuscht, aber nicht überrascht, die sie dann wieder löschte. Der einzige, der jetzt noch übrig geblieben ist, ist dieser hier. Fans supporten sie seitdem extrem. Auch Bryce äußerte sich bereits auf Twitter und hat gesagt, dass er Edison nicht betrogen habe. Das Mädchen, mit dem sich Bryce in Las Vegas getroffen haben soll, heißt Samantha und sie hat auch schon ein Statement auf Instagram dazu abgegeben. Auch sie versichert, dass an den Gerüchten überhaupt nichts dran sei. Sie und Bryce seien den ganzen Abend in einer großen Clique unterwegs gewesen und er habe sogar sehr viel mit Edison telefoniert. Bryce postete dann auch noch dieses Foto mit den Worten, die Welt ist an dieser Stelle gegen mich. Edison Ray hat die Gerüchte noch nicht kommentiert, aber ein emotionales Statement auf Instagram veröffentlicht. Sie wird erst darüber sprechen, wenn sie bereit dazu ist. Was sagt ihr?